Achtung! Hier spricht der Appetit. Willkommen im Wort. So, ein bisschen Schwung, ja? Und wie sieht's aus? Seid ihr mal ein, Kinder? Ja! Langsam nach oben, weil ich hier der Spaß gehöre. Und wie geht's, würde ich hier am Irgendsten, da können Sie nicht gehen, ja? So, erstmal langsam zum Angehöhnen, bis ihr oben seid. Und jetzt, jetzt macht euch bereit, Leute, jetzt geht mal richtig ganz, ja? Ja! 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 Hallo, ich bin schlimm. Wir sehen uns wieder auf dem Lappen! Immer wieder drehen wir uns der Goldaar-Twisted-Time-Drehungsschreize. Untertiteln von SWISS TXT Wir sind jetzt. Schauen wir die Tickets zum nächsten Spiel, bitte. So Freunde, wie sieht's denn aus bei euch da oben? Hört ihr noch? Das hört sich immer gut an, aber wollt ihr auch noch? Jawoll, dann alle mal die Hände hoch, Leute, wir trinken ein letztes Mal auf. Hier bin noch mal ein Schwung in die Kiste, Endspurt. Und ab geht's und ab geht's. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht. So Leute, ihr habt es geschafft. Der Kuchen unter den Füßen, die Erde hat euch wieder ein neuer Platz.